So, als grüß den Gentlemen, die kommen hier zurück zu Crisis 2. Okay, das war einfach zu viel. Das ist ja ein Witzbold. Tja, das ist schon gemein. Das ist echt schon ein gemeiner Kack. Das ist schon echt ein gemeiner Kack. Ich mein, es ist ein gemeiner Kack. Okay, wir haben es verstanden. Okay, Ben, wir haben es verstanden. Was ist das denn? Ist es so einer im Käfig oder was? Was weiß ich? Oh, Moment mal. Okay, gut. Kann ich jetzt einfach so nehmen, den Panzer da? Was ist mit dir? Hast du keinen Bock? Ne. Okay. Danke. Was? Bitte komm. Tschüss, 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 tschüss. Was ist das denn? Barriere anheben? Oh. Interessant. Oh, und jetzt brech ich da durch. Oh, das ist in der Tat laut und... Oh, das ist in der Tat laut, aber cool. Laut, aber cool. Laut, aber cool. Nee. Oh, ho, ho. Woohoo. Yeah. Okay. Taxi. Okay. Ja, durchgebrochen. Zumindest falls das war. Ups. Strafzettel halt, ne? Okay. Entschuldigung. Oh, 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 oh. Ehe, he, he, he. Ups. Oh ja, oh ja. Das hat wehgetan. Geh ich mal davon aus. Ey, es ist übertrieben laut. Tod. Aua, aua, au Mann, Mann, Mann Ich hoffe, das ist nicht so laut wie Also nicht so laut bei euch wie bei mir Wow Da ist jemand geflogen Da wollte jemand fliegen, da ist er, da ist er, da ist er Geflogen wie ein Vöglein Naja So, noch eine Straßensperre, weil die sind ziemlich lahm, würde ich sagen Die sind ziemlich lahm Wo denn? Uh Ja, das ist perfekt Das ist so perfekt, ja Jawoll Panzer Nummer Uno Und Panzer Nummer Duo Nee Warum? Warum? Warum Gefahr? Weil mein Panzer qualmt? Oder sonst Irgendwie eine Gefahr Gefahr Wie jetzt? Das war's? Muss ich jetzt aussteigen? Echt jetzt? Boah, der war cool Und wer will Oh nein Oh nein Oh nein, oh nein Tatsächlich, oh nein Ah, stimmt Ah, stimmt Yeah Da ist noch so einer Oh shit Greenade Oh, das war schlecht Greenade Hoffentlich sitzt die jetzt ordentlich Besser Oh ja Oh ja, tatsächlich Die scheint ihnen gefallen zu haben Hehehehe Hehehehe Hehehe 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 Okay Gut, genug gefreut Neue Musik freigeschaltet Okay Incoming transmission Good So, jetzt bin ich da Bin ich ja nicht bei ihm Mr. Gould Eccatress Cool Äh, lang dauert nicht mehr Ich hab Mist gebaut Was Sie müssen mir helfen Ich bin unterwegs zu einem Apartment Das eine alte Freundin mir vermietet hat Oh, warum Es ist nicht weit Wir treffen uns dort Aber ich Die Adresse ist in meiner Datenbank im Labor Und man Ist in dem Terminal auf meinem Schreibtisch Wenn sie die Zugangscode Haben sie mir geliefert Sie müssen da rein und den Computer zerstören Ernsthaft? Beeilung Warum hat er nicht auf mich gewartet? Warum hat er diese Daten nicht gelöscht? Das sind zu viele Zu viel Mist auf einmal Zu viel Bock Mist auf einmal Setzt ihn weiser ein Um schnell Waffen und Munitionslager zu finden Alles klar Vielen Dank für den Tipp Ich bin für jeden Tipp dankbar Weil ich alleine zu doof bin für diese Welt Leider Leider Das einzige, was ich machen kann Ist Schluck aufhaben Essen Aufs Tor gehen Und Heulen Nein, heulen Oh, Gottes Willen Scheiben Scheiße Sie sind im Labor, Prophet Sie müssen da rein, bevor Sie was finden Ich zähle auf Sie, Mann Ja, ist klar Alles klar Hey, ich hab E gedrückt, Mann Ich hab E gedrückt Ich hab E gedrückt Oh Haar 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 Sniper Oh Scheidempfer Hihihi Tja, okay, gut Dann ist ja alles klar Dann ist ja eh alles klar Leute Ah, ich werd jetzt nur noch Snipern Snipern, Snipern, Snipern Oh, ja, das gefällt mir Ja Ich bin am Pier Upsala Meine Güte Das war jetzt aber dumm von mir, oder? Oh, war das ein Doppelschuss? War das ein Doppel-Raid-Shot? Oh nein, Achtung, Bombenfässer! Was denn? Wer schießt auf mich? Wer schießt auf mich? Also irgendwie Backtes kann es sein Ich hab keine Money mehr Ich hab keine Money mehr Oh, shit Oh, das ist nicht gut Das ist nicht gut Tja, dann müssen wir wohl anfangen Mit meiner Pistole zu Snipern Oh, das ist ne Leiche Perfekt, perfekt Ah Oh, will nicht sterben Will nicht sterben Mag nicht sterben Verdammt, vielleicht hätte ich den Auf dem Auto eher früher ausschalten sollen Shit Tee, das ist lustig Das ist in der Tat lustig Aber Kein Problem Ich werd's schon wieder hinkriegen Hoffe ich Ich hoffe, dass ich das irgendwie Wieder hinkriegen werde Okay Nee, nee Du hast mich wirklich verloren Aber er ist tot Jetzt stirbt Jawoll So Da sind in der Tat Noch ziemlich viele Da sind in der Tat Noch viele In der Tat Sind das auch viele Ja, 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 ja Okay, gut Weißt du was? Äh Wo, 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 wo Wo ist das Scharfschützengewehr? Wo ist das Scharfschützengewehr? Hallo Haha Was? Ich kann meine tragen Ach, dafür habe ich meine Oh mein Gott Okay, gut Jetzt wird's mir langsam zu viel Zu viel Zu viel des Guten So Money 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 Need money Ich will doch keinen Granaten-Nachschub Wobei, nehm ich auch So, hab ich wieder Hab ich wieder Hab ich wieder Hab ich wieder Okay, ne So Ja Der Hey Hey Die Hat wieder Das war komisch Ja, ja Schieß einfach mal Oh Ja, ja Das war's Na, woher kommt der denn jetzt? Woher kommst du? Woher kommt der denn jetzt? Also, ich weiß nicht Irgendwas mache ich falsch Irgendwas mache ich falsch Irgendwas scheint ich falsch zu machen Vor allem ist da noch einer Witzigerweise Ist halt witzigerweise noch einer Aber so muss ich mich nicht Hehehehe Ne Hehehe Okay, gut Kann ich jetzt da wieder hochgehen? Ja, genau Ich würde gerne Scharfschützen Snipern Geht doch, oder? Wo ist der Typ? Ach, keine Ahnung Ist mir jetzt egal Kill kann ich nicht mehr killen Ist Ist schon Ist schon zu spät Okay Irgendwas zum Töten? Nö Schade Na, dann mache ich mich mal Irgendwie auf den Weg zum Gibt es irgendwas cooles? Irgendwas cooles? Cool 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 Irgendwie alles Komisch Meine Güte So, okay Ja Okay Wow Da schlacke ich einfach mein Mikrofon Ah, das sind ja Das sind ja kleine Cheater 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 haben kleine Naja Lass mich in Ruhe Lass mich alle in Ruhe Ah ja Ich gehe halt von aus Dass ich hier rein muss Wow Interessant Aber okay Sehr gut Kontrollbund erreicht Perfekt Siehe Kontrollpunkte Oh, Moment mal Ja Wo ist der andere? Ah, hier war noch einer Ja, genau da Hat er mich Etwas schon wieder gesehen Kleine miesen Cheater Kleine miesen Cheater Miesen Cheater Wobei mir das Spiel vorher gesagt hat Dass wenn ich nicht ganz besonders nah von Bei Feinden bin Dann Ja Dann können sie mich Doch sehen Sehr gut Sich Kontakt zu verlieren Ist immer gut Okay Wo geht's hoch? Wo geht's hoch? Wo geht's hoch? Wo geht's hier hoch? So Ich würde immer noch gerne hoch Aha Aufzug Hätte nicht gedacht Das hat das noch funktioniert Aber Natürlich funktioniert Aber ich habe sie auf der Überwachungskamera Ja, habe ich auch gerade gesehen Okay Hört sich nach dem Plan an Hört sich nach dem Plan an Oh oh Okay Glück gehabt Okay Ah ja Über Blue Screens Das ist ja interessant Ist es der letzte hier? Ah ja, es waren dreimal natürlich Wer 10 kann, ist klar im Vorteil So Äh, was muss ich machen? Zerstöre Okay Oh oh Wieso? Verstanden, Sir Oh nein Jetzt habe ich Angst Jetzt habe ich Angst Jetzt habe ich aufwieziell Angst Oh nein Oh, jetzt habe ich aufwieziell Ne, ach Angst Geben sie auf Profit Nö Echt nicht Vor allem, weil der halt anscheinend schon wieder weiß Wo ich bin Und so Und kack Ja, sowas Gibt es denn hier irgendwo einen Raketenwerfer oder sowas Bei Crisis 1 gab es eine Mission, wo ich tatsächlich den Raketenwerfer übersehen habe Das war halt schon lustig Das war schon witzig Da habe ich versucht mit einer Pistole den zu töten Aber es gab halt einen Raketenwerfer, den ich übersehen habe Vielleicht gibt es hier wieder irgendwie sowas Kann ich vielleicht da so eine Gasflasche greifen, ne? Ah, ne Ja, ist klar Ne, ne, ne Hier ist aus der Sied Schütze ausgefallen Yeah Achso, und das war es Das war es Ne Echt das? Nein, das war es Nein, das war es Oh, oh Oh nein Das ist was mit Nicht Oh Shit Bleib stehen Oh, oh Oh, oh, oh Oh Nicht gut Nicht gut Nee Oh Oh Miesen Kleinen Hören gar nicht auf Ja, ja Vor allen Dingen Das sind echt so kleine miese Cheater Das sind doch kleine miesen Cheater Sonst doch irgendwo Weiß man nicht, oder? Ja, wo denn? Hehehe Hehehe Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Oh, hey Das war ein Kopf Das war ein Körper Und trotzdem meint er in der Tat Nicht meinen sterben zu müssen Jawoll Ja, ist doch perfekt, oder? Ja Okay Würde ich sagen Gehen wir, oder? Tja, das war lustig Hey, hey Meine Güte So Ja, welche denn? Oh, 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 oh Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut Die boppen sich schon wieder weg Das sind doch kleine Blitzbeule Okay Okay, sonst noch was? Ah ja, kann ich jetzt nicht rausgehen Da Oh, oh, nein Hab ich schon gedacht Ich hab mal Kettenbeutel übersehen Ja, wie denn? Oder muss ich hier die Tür aufbrechen? Hier Ne Pushbar zu open Aber der hat einen Raketenwerfer gehabt Der hat einen Raketenwerfer gehabt Ich sag's euch Sag ich doch Sag ich doch, dass der einen Raketenwerfer da hatte Kleiner Camper Äh? Oh, was ist denn jetzt? Ach, jetzt? Ah, okay Ich verstehe Ja Wup Wuh Das war krank Das war krank Alter Ja Ja, irgendwie schon Ich sende jetzt Koordinaten an den Anzug Es ist nicht weit Ah, ist klar Ich habe hier auch eine Mulde Oh, oh Cry-Net? Nicht so leistungsstark wie das im Labor Aber Es muss reichen Ja, ist klar Hier? Ja, natürlich Da geht's raus Da geht's aussehen Oh, ich sag's euch Kontrollpunkt erreicht Ja gut Dann machen wir ganz kurz Pause Vielen Dank für's Zuschauen Und ich weiß nicht, wenn ihr euch mal wieder bei Crysis 2 Mit mir dabei seid Mein Name ist Und ich sage euch für heute Auf Wiedersehen Tschüss See Ciao Joan �� pinpoint